Berechnung des Inkreismittelpunktes eines Spitzbogens Die Radien R, der Spitzbögen A und B sind gleich seiner Grundlinie AB. Berechnung den Inkreismittelpunkt M, wenn die Y-Achse auf dem Lot, das durch E verläuft und senkrecht auf der Strecke AB steht, und die X-Achse durch die Strecke AB verläuft. Auf dem grünen Strahl liegen der Mittelpunkt A des rechten Kreisbogens, der Mittelpunkt M des Inkreises und der Berührungspunkt F des Inkreises mit dem Spitzbogen. Zunächst soll der Radius des Inkreises, also r, als Funktion von R ausgedrückt werden. Stoppt das Video, um die Aufgabe selbst zu lösen. Zunächst sieht man hier ein rechtwinkliges Dreieck. Schauen wir mal an, was wir kennen. Wir kennen ja hier AB, das ist 10 cm. Die Strecke AC ist die Hälfte von dem Radius dieses Bogens, also R halbe. Diese Strecke kennen wir nicht, die wollen wir ja ausrechnen. Wir schauen mal an, ob wir die Strecke AM kennen. AF ist ja der Radius von diesem Bogen. Den kennen wir mit 10 cm. Dieses Stück hier ist der Radius des Inkreises, klein r. Die Strecke AM ist groß R minus klein r. Nach dem Pythagoras ergibt sich groß R durch 2 zum Quadrat plus klein r Quadrat gleich groß R minus klein r in Klammern zum Quadrat. R halbe zum Quadrat ist r Quadrat Viertel plus r Quadrat. Und hier haben wir die zweite binomische Formel. Aufgelöst ergibt es r Quadrat minus 2 mal klein r mal groß r plus klein r Quadrat. Zunächst fällt auf, dass klein r Quadrat entfällt. Dann addieren wir 2 mal klein r mal groß r und subtrahieren r Quadrat Viertel. Auf der linken Seite bleibt dann 2 mal klein r mal groß r übrig. Und auf der rechten Seite haben wir r Quadrat minus ein Viertel r Quadrat. Und das sind drei Viertel r Quadrat. Jetzt wollen wir ja klein r haben. Deswegen dividieren wir durch 2 mal groß r. Klein r ist 3 mal groß r Quadrat durch 4 mal 2 mal groß r. R kürze ich gegen das Quadrat. Dann haben wir 3 Achtel mal groß r. Klein r ist also 3 Achtel von groß r. Wollen wir das konkret für unser Beispiel auch ausrechnen. Groß r ist mit 10 Zentimetern bekannt. Und klein r soll berechnet werden. Dafür stoppt das Video erneut. Wir verwenden die Formel und setzen wir groß r 10 Zentimeter ein. Dann erhalten wir klein r gleich 3 Achtel mal 10 Zentimeter. Und das gibt 3,75 Zentimeter. Mit klein r 3,75 Zentimeter kennen wir aber auch den Mittelpunkt von dem Innenkreis. Der hat die Koordinaten m gleich 0 und 3,75. Diese Konstruktion könnt ihr mit GeoGebra auch selbst machen. Das seht ihr hier, wie das Ergebnis aussehen müsste. Welchen Radius hat ein Spitzbogen, dessen Innenkreisradius 3,3 Zentimeter beträgt? Zur Bearbeitung stoppt das Video. Wir verwenden diese Formel mit einem Seitentausch und erhalten 3 Achtel mal groß r gleich klein r. Wir suchen ja diesmal groß r. Wir multiplizieren mit dem Kehrwert von 3 Achtel, also mit 8 Drittel und erhalten groß r gleich 8 mal klein r durch 3. Für klein r setzen wir den bekannten Wert von 3,3 Zentimetern ein und erhalten für groß r 8,8 Zentimeter. Entwickele eine Animation mit GeoGebra, bei der in Abhängigkeit von der Strecke AC, die soll zwischen 0,1 Zentimeter und 5,4 Zentimetern in 0,1 Zentimeter Schritten variiert werden, sich gleichzeitig die Spitzbögen und der Mittelpunkt und Radius des Innenkreises verändern. Nun kommen wir zur Auflösung. Zunächst zeichne ich diesen Regler. Der lässt sich zwischen 0,1 und 5,4 einstellen. Ich habe den jetzt auf 5 eingestellt. Ich zeichne den Schnittpunkt von Y- und X-Achse. Das ist der Punkt C. Dann den Punkt B, der ist um 5 Einheiten nach rechts verschoben auf der X-Achse. Und der Punkt A wird an der Y-Achse gespiegelt. Dadurch sind A und B gleich weit von C entfernt. Damit kann ich schon mal den ersten Kreisbogen um A mit dem Radius AB zeichnen. Der schneidet die Y-Achse im Punkt E. Den zweiten Kreisbogen zeichne ich durch B mit dem gleichen Radius. Damit haben wir unseren Spitzbogen bereits. Jetzt multiplizieren wir AC mit 3 Viertel und erhalten 15 Viertel oder 3,75. Das ergibt den Mittelpunkt des Innenkreises. Der liegt also hier und um 3,75. Einheiten ist er nach oben geschoben. Den Innenkreis zeichnen wir um M mit dem Radius MC. Der Innenkreis berührt beide Spitzbögen in diesen beiden Punkten und die Basis in dem Punkt C. Wir zeichnen durch AM diesen Strahl. Dann ergänze ich noch die Strecke AB. Das ist ja der Radius von diesem Spitzbogen. Wir zeichnen das Lot durch E auf die Strecke AB. Hier in diesem Punkt berühren sich der Spitzbogen und der Innenkreis. Das ist der Punkt F. Das Interessante ist jetzt, dass wir mit diesem Regler die Strecke AC einstellen können. Die ist im Augenblick auf 5 eingestellt. Wir stellen sie jetzt auf 4,8 ein. Jetzt auf 4,4 und das Interessante ist, dass die Spitzbögen und der Innenkreis und auch dieser Strahl automatisch sich entsprechend einstellen. Das liegt daran, weil der Mittelpunkt von diesem Kreis vom Programm berechnet wird. Ich kann das Ganze auch automatisch ablaufen lassen, indem ich hier einfach drauf drücke. Und dann seht ihr, dass die ganzen Werte mit dieser Schrittweise von 0,1 durchlaufen werden. Ich denke, das ist ein sehr schönes, anschauliches Beispiel für den Mathematikunterricht. Danke fürs Zuschauen. Das ist ein sehr schönes, anschauliches Beispiel für den Mathematikunterricht.